So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich gibt es ja ein neues Feature, entdecke dich selbst neu. Ich dachte mir, vielleicht mache ich ja ein Video drüber, was man da jetzt alles für Möglichkeiten hat, aber eigentlich bin ich zufrieden mit dem, so wie ich aussehe, ingame. Ich will da jetzt nicht komisch rumexperimentieren, warum soll ich mich jetzt dicker machen, als ich bin im Spiel? Wieso will ich, dass ich so aussehe im Spiel, wie ich aussehe, wenn ich doch in Spielen gern anders aussehe, als ich in Wirklichkeit aussehe und überhaupt, ne? Kennt ihr das? Macht ihr, wenn ihr ein Spiel spielt, baut ihr euch nach? Oder baut ihr was richtig derbes Cooles, wovon ihr im echten Leben voll entfernt seid, weil das ja ein Spiel ist und man sich ausleben will und Fantasie und kreativ und nicht einfach nur, ich bin ich, egal ob hier oder da. So, dann dachte ich, das ist freies Feature, das kann jeder machen, könnt ihr also, für euch brauche ich jetzt kein Video drüber. Umweltwoche, habe ich noch kein Infovideo zugemacht, weil es gibt ja keine Infos über die Spawns, weil ja gleichzeitig in dem Zeitraum ja auch dieses neue Kando-Erlebnis wieder eingeführt werden soll, worüber es auch noch keine Infos gibt, also dachte ich, ich warte ab, ich mache kein Video zur Umweltwoche. Ja, mein Level 47 Video könnte ich hochladen, die Tage haben wir noch besprochen, ob das überhaupt möglich ist, Free2Play, jetzt könnte ich das Level 47 machen, wenn morgen aber gar nichts ist, würde morgen schon Level 48 kommen und ich mag eigentlich nicht zwei Level-Up-Videos hintereinander, Samstag ist der C-Day, da würde Freitag Level 47 besser passen, heute ist Donnerstag, hey, ich mache was Spontanes, ich zeige euch einfach mal die Shinies auf dem Habanero, auf dem Free2Play-Account und werde da auch gleich ein bisschen aussortieren, denn ich habe schon wieder Platzmangel gehabt, jetzt habe ich gestern gemerkt, warum habe ich denn Platzmangel, weil ich die ganzen C-Day-Pokémon aufgehoben habe in letzter Zeit, aber für euch ist das vielleicht interessant, was hat denn der Habanero-Lime-Account bis jetzt so an Shinies gesammelt, ihr wisst, auf dem Main-Account war es ja so, ich wollte immer alles haben, ich wollte alles haben, jedes Event, jedes Ding gesucht, mir waren alle mittelrecht getauscht bis zum Geet-Nicht-Mehr, mit kleinen Accounts gesucht, gebrütet auf kleinen Accounts, geradet auf kleinen Accounts, rübergetauscht, mit anderen getauscht, rumgerannt, Events 3, 4, 5 Mal gespielt, das wurde mir irgendwann zum Verhängnis, diese Sucht, diese Gier, deswegen war der Main-Account weg, habe gesagt, auf dem Habanero-Lime, das ist Free2Play, da wird kein Geld reingesteckt, da wird nicht rumgesuchtet, der läuft einfach nebenbei, gemütlich, wenn mal ein Ticket kommt, wird ein Video dazu gemacht, oder man spielt den Rayday, man spielt den C-Day, gemütlich, es geht um nichts, du brauchst nicht jedes in 100, du brauchst nicht jedes in Shiny, aber welche Shinies haben sich jetzt trotzdem angesammelt? Ich will jetzt auch ein paar verschicken, das ist für mich immer so ein kleiner Clinch, eigentlich könnte ich auch alles verschicken an Shinies, weil ich die nicht brauche auf dem, auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder Experten, die sagen bei einem Glückstausch, ich suche noch dieses Shiny in Glücklich, hast du das? Reicht es also, wenn ich von jedem Shiny immer eins aufhebe, falls einer in dem Glückstausch mal eins haben will, aber jetzt fängt es schon an bei Bisasam. Bisasam habe ich hier zweimal mit einem Partyhut drauf, und das ist ja eigentlich eher schon seltener und mehrwertig, also da könnte man ruhig die beiden mal aufheben. Dann haben wir Raupi, hey, Raupi schmeißt du doch nicht weg, ist doch dein Lieblings-Pokémon. Smetbo, das kam auch mal aus einem Ticket, glaube ich, wo war das? Gefangen in der Feldforschung, genau, ist ein Andenken. Wir haben Rettan am Start, wir haben hier einen Pikachu drin mit so einer Mütze drauf, wir haben hier Sandan, haben wir auch einen XL sogar, wir haben Wulpix zweimal, beide Versionen sogar. Ich habe immer noch kein Konzept, ihr seht's. Vielleicht reicht es, wenn man drei Stück von jedem aufhebt. Aber drei sind schon wieder drei zu viel. Vielleicht zwei von jedem. Zwei von jedem, machen wir zwei von jedem. Wenn was richtig Seltenes dabei ist, meinetwegen auch drei. So, hier geht's weiter, hier ist Pummel-Luft am Start, hier ist Zubat in grün, das sieht auch immer richtig schön aus. Mirapla haben wir hier, wir haben hier Paras, wir haben hier Diktar mit der blauen Nase, wir haben Mauzi, was ich Lost Lift genannt habe, weil Lost Lift, sein Lieblings-Pokémon, ist ja Mauzi bekanntlich, Mauzi alles, was mit Mauzi zu tun hatte. Lost Lift habe ich auch in Berlin auf dem Go-Face live gesehen, kennengelernt und er hat auch seinen Plüsch Mauzi dabei gehabt und immer wenn wir Glücksfreunde waren, wollte er ein Mauzi haben. Deswegen habe ich das jetzt hier Lost Lift benannt. Wenn er mal Glücksfreund werden würde, wenn er weiter leveln würde, ich glaube, der war schon länger nicht online oder so, keine Ahnung, was da abgeht, das würde ich ihm sogar rübergeben in einem Lucky Trade, weil ich brauche es selber nicht. Arkani hier, das kam, glaube ich, durch einen Henry, durch ein Ticket vom Henry, war das da irgendwie mit inbegriffen Machhollo. Damals schon das erste Problem, Machhollo habe ich vier Stück. Machhollo ist ja eigentlich ein Sea-Day-Pokémon, das heißt, das ist nicht so wichtig. Wir können ruhig zwei erstmal wegschicken, heben zwei auf. Fleckmon, hey, das hat ja so verschiedene Varianten, aber die sind mir doch egal. Ich möchte doch meinen Decks nicht, meinen Shiny-Decks brauche ich nicht zu füllen. Jetzt hätte man trotzdem ja es entwickeln können und dann verschicken, dass trotzdem der Schatten weg ist, aber nee, das ist hier Free-to-Play, das ist hier, da geht es um nix, da geht es nicht um die Wurst, ich hebe mir zwei auf. Dann hier habt ihr das Sam-Fleckmon, da können wir einmal aufheben, hier haben wir Jorob, hier haben wir Slimer, hier ist Nebulak drin. Nebulak ist dreimal, ich schmeiße mal noch eins weg. So, Gengar haben wir da. Und das habe ich, habe ich das nicht mega entwickelt. So wie es aussieht, habe ich es nicht mega entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe, nix. Das kam in Gera, oder? Das war hier Gera bei der Sinotour, in einem Team mit Super-Sani-Pokemon. Das fand ich cool, weil das kam so aus dem nix. Ich habe das nicht gesucht, das ist dann drin gewesen. Habe ich erstmal so gelassen. Owei habt ihr hier, Schlurp habt ihr hier. Einer heißt Iswo, weil Iswo, sein Lieblings-Pokemon ist natürlich Schlurp, beziehungsweise hat er mehrere, viele Lieblings-Pokemon. Smogon habe ich dreimal, das heißt, einer kann weg. So, Rihorn habe ich. Schanere habe ich, aus einem Raid sogar. Aus einem Raid gefangenes Shiny, da steckt Geschichte mit dran. Ja, die anderen können eigentlich weg, also wir drücken hier mal drauf, weil das hatte ja jetzt auch erst sein Z-Day. Die hauen wir alle fort. Ich habe schon mal ein Video auf dem Main gemacht damals. Da hatte ich 3.000 Shinies und habe dann immer mal welche gelöscht. Und alle, na, warum löscht du das? Hättest du es mir lieber gegeben, das fehlt mir noch. Ich will ja nicht, mein Staub, der ist bei mir jetzt mittlerweile nämlich dann auch seltener. Immerzu möchte ich was pushen, kann es nicht pushen, weil ich keinen Staub habe. Der ist da seltener. Wie viel Staub habe ich gerade? 50.000. Das ist nicht viel. Wenn jetzt einer kommt, Best Friend, sagt, gib mir Shiny, habe ich noch nicht. Sind 40.000 weg, für nichts. Aber die 40.000 brauche ich ja schon wieder, um was zu pushen. Tangela, Grün, Sichlor, oh mein Gott, kann also auch eins weg. Ditto, Ditto würde ich alle 5 behalten, weil Ditto finde ich cool. Ditto ist auch blau und Ditto ist auch meiner Meinung nach seltener. Also das schickst du nicht weg, das behältst du. Was ist das? Pupsi, okay. Dann haben wir hier Porygon, da kann eins weg. Wir haben mal Aerodactyl, wir haben Relaxo in dem schönen Blau, das sieht gut aus. Wir haben Dratini, wir haben mehrere Dratini, das ist rosa, aber das hatte ja auch mal ein C-Day. Das ist jetzt nicht so bedeutsam. Die können auch weg. Ich war sogar schon so dreist in der Vergangenheit, ich habe Krypto-Shinies gelöscht. Immer wenn ich ein Krypto-Shinie von irgendwas hatte, zuletzt auch Knacklion oder so, habe ich einfach gelöscht. Ich würde es eh nie erlösen, weil das mich wieder Staub kostet. Ein Krypto-Shinie kannst du auch nicht tauschen, also ich kann jemand anderes auch keine Freude damit machen. Für mich sind Krypto-Shinies also komplett sinnlos und wertlos auf dem Habanero-Account. Krypto-Shinies lösche ich, mit Ausnahme von Mewtwo, weil Mewtwo ist ja nützliches Pokémon. Das kannst du natürlich auch mal hochziehen. Wir können ja mal gucken, wie gut das ist. Boah, ist das schlecht. Ja, Krypto-Mewtwo habe ich aufgehoben, ansonsten habe ich alle Krypto-Shinies gelöscht. Das haben wir auch vom Raid-Day bekommen. Blood in Tears habe ich hier, ähm... Ach, ist das schlau. Blood in Tears ist immer zu lang zum Schreiben. Ich habe einfach das und als und-Zeichen gemacht und schon hat es hingepasst. Das ist vom Raid-Day, genau. Aus dem Ticket von Blood in Tears. Hier ist Hut-Hut. Hier habt ihr Lumpy. Da kann ich eins löschen. Dann habe ich wieder zwei. Das ist der kleine Jonas. Das ist ein Baby. Das passt. Toggebi, Toggetik. Lassen wir mal so drin. Voltilam, Vati, Ampharos. Wie gelt man das? Nimmt man das weg? Warum habe ich da die Familie auf der Hand? Na ja, auf jeden Fall haben wir Hopspross und wir haben Sonnenkern. Felino haben wir hier. Eins, zwei. Hier mit Mütze. Den müsste ich eigentlich wieder aufheben wegen Is-Wo. Weil das ist auch ein Lieblings-Pokémon vom Is-Wo. Hier haben wir das andere Felino. Auch noch in XL. Hier hast du Morlord. Da wird es schon wieder kompliziert. Wenn ich zwei zum Tauschen haben möchte und eins für mich und das andere so. Ist das kompliziert. Gramurx. Können wir aber auf jeden Fall eins weg machen. So, Gramurx eins weg. Trauenvogil. Hier, den gab es aus dem letzten Raid-Ticket. Den habe ich auch zu einer Mega-Entwicklung gemacht. Zniebel. Da kann ich auf jeden Fall auch wieder einen weghauen. Zwei hebe ich auf. Ist auch der Unterschied hier. Weiblich. Männlich. Zack. Und dann hier Hisui. Pupsi haben wir nochmal hier am Start. Der kleine Bär. Dann nochmal Quiekel. Quiekel hat er auch einen Seaday. Quiekel können wir auch wegschicken. Behalten einfach zwei Stück Botogil. Die haben Schleife. Das hat keine Schleife. Das ohne Schleife schicke ich weg. Die mit Schleife hebe ich auf. Wenn jemand sagt, er braucht Botogil. Ob ich das habe, dann ist er an Kostümieren. Das ist natürlich sinnvoller. Hier habt ihr nochmal Magbi. Ihr habt da Hytera. Aber das ist das Shiny vom Seaday. Das brauche ich nicht. Das mache ich mal weg. Dann haben wir also Magbi. Fiffchen. Zickzacks. Zickzacks auch vier Stück. Ich kann zwei Stück also erstmal löschen. Loturzel. Finde ich übelst hässlich. Ist aber XL. Ist recht groß. Samurzel kann ich zwei verschicken. Finde ich auch hässlich. Ist aber auch Seaday. Kann also auch weg. Subiris. Fritzlblitz. Wolbeat. Weil mal. Zwei Stück. Knackli und Warblue. Formio. Banette. Junge. Zwirrlich. Kindwurm. Kindwürmer. Entwickelt man da vielleicht mal eins durch. Und sagt. Ach guck mal. Das sah so gut aus. In grün. Aber. Ich möchte auf dem Account halt so wenig Pokémon wie möglich haben. Sinnvolle starke Pokémon versuche ich mir auf Level 40 zu ziehen. Ohne XL. Irgendwann versuche ich die auszutauschen mal zu Kryptos ohne XL. Und irgendwann versuche ich vielleicht trotzdem aber mal die starken Kryptos wo die IV egal sind als XL zu haben. Also ich brauche keine Hunderter mehr. Ich brauche nur noch Kryptos mit Random EV. Die man dann vielleicht hochzieht. Der hat Wutanfall. Der ist eigentlich schön. Fertig entwickelt. Mit Seaday-Tage hebt man trotzdem mal auf. Tarnel habe ich hier. Ist ein gutes Pokémon. Okay. Aber. Ja. Ist ja nicht entwickelt. Hat keine Seaday-Tage. Mach ich mal zwei weg. Hebe halt sechs Stück auf. Weil das ist trotzdem cool und geht immer. Hier hast du Groudon dabei. Viermal Rayquaza. Getauscht. In Glücks. Drei Sterne. Cognodon. Vadribje. Kegugi. Driftlon. Bronzel. Da kannst du wieder zwei wegschicken. Ja. Und das Bronzong hinterher. Das kann auch weg. Bronzong. Kaumalad. Kaum hat Seaday gehabt. Finde ich auch hässlich. Sieht auch unspektakulär aus. Schick mal hier weg. Schicken sogar noch eins weg. Weil wir haben ja noch eins in den Arenasitzen. Das kann auch weg. Die zwei Knackrak. Da habe ich glaube ich sogar Mega-Entwicklung gemacht. Genau. Den lassen wir mal da. Pion. Scorer. Rexblissar. Torboots. Net Ghost. Guckt euch den Net Ghost an. Auf 4006. Danke dafür. Der sieht gut aus. Mit 14. 14. 14. Vielleicht mal für die GBL oder so. Heatran. Riggigigas. Giratina. Stehen. Fliegen. Darkrai. Yorclef. Grillmark. Dusselgur. Elezeber. Fleck. Noil. Praktibalk. Flampion. Flampion. Litomiv zur Ruhr. Ist eigentlich auch selten. Also liegt mir auch nichts dran. Wäre auch was zum Abgeben mal in einem Glückstausch oder so. Mollimor. Bachelatini. Tan. Vignone. Der kam aus dem Ticket von Kaiser Kai. Den habe ich also. Die, die ich irgendwie durch jemanden von der Community durch ein Ticket oder sonst was erhalten habe, die versuche ich dann noch zu benennen. Ich muss mir dann nochmal eine richtige Übersicht verschaffen. Die möchte ich natürlich dann auch behalten. Genau wie hier zum Beispiel den Alex. Aus dem Ticket vom Alex kam das. Frigometri. Das wäre was. Das muss ich natürlich behalten. Hier. Klick. Milzer zwei Stück. Schnuthelm. Flunschlix. Galöck. Gabuno. Sacrum. Kyurem. Froxy. Iguana. Kannst du auch wieder zwei wegschicken. Da zieht der Stern dran. So. Iguana zwei weg. Paragoni. Paragoni war damals eins der ersten Pokémon, was im Event neu eingeführt wurde, nachdem ich den Habanero-Account hatte. Das fanden viele Leute cool. Das würde ich auch eher als was richtig Cooles, Seltenes einschätzen, deswegen behalte ich da alle vier. Irrbis. Arctip. FM. Hier hat's Pfefferminzbonbon haben wir noch behalten. Der hier ab ins Tierheim aus seinem Raid-Ticket. Den werde ich auch behalten. Das. Also eigentlich ist ja jedes Seeday-Pokémon aus Tickets. Hier, weil es ein Restleis ist, würde ich nicht behalten. Das Kätzle behalten wir einfach auch mal, weil es klein und weiß ist. Dann haben wir Mabula. Wir haben Wommel, Bubungos. Belursi. Hier haben wir nochmal Blood and Fierce. Wegen Ticket gegiftet. Aber nicht aus dem Ticket bekommen. Kaburiki. Kabufalla. Hannes. Da war Hannes da. Ich hab mit Hannes Raids gemacht. Da kam der. Ein Darmittier. Auch aus einem Raid-Ticket, glaube ich. Und hier ein Epitaph. Getauscht. Aber von Ramses. Raid. Mania. Hochgezogen. Drei Sterne. Zack. Nehmen wir so mit. Ist shiny. Ja. Ist shiny. Also es sind nicht so viele. Wir haben jetzt noch 193. Wir hätten glaube ich 250 oder so. Oder 240. Jetzt haben wir unter 200. Das ist schon okay. Da ist trotzdem noch viel Zeug dabei, was für mich absolut nur Platz wegnimmt und was absolut gar keinen Wert hat. Und ich glaube, wenn halt die wirklich keiner braucht oder so, dann würde ich vielleicht sogar von 2 auf 1 reduzieren und immer nur 1 aufheben von irgendwelchen anderen Sachen. Den machen wir mal so aus Spaß drauf, weil der sieht gut aus und der ist auch weiß und der schreit hier richtig. Und ansonsten würde ich sagen, das war meine kleine kurze Überbrückungsübersicht über die momentanen Shinies, die der Account hat, die ich eigentlich nicht sammle, die ich eigentlich aufhebe, falls mal jemand was braucht. Aber eigentlich möchte ich auch nicht, dass jemand was braucht, weil das geht immer an meinen Staub. Und ja, so richtig, was ich damit mache, weiß ich nicht. Also kleine Andenken werde ich auf jeden Fall aufheben aus den Tickets von euch, von irgendwas bei was Besonderem. Mit dem Blood Bug, den ich die ganze Zeit hatte. Oder eben wie hier mein kleiner, süßer Kaiser Kai in der Limettenfarbe, klein neben mir. Das sieht doch schön aus, das möchte man so behalten. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Shinies habt ihr momentan auf der Hand? Wie viele Shinies hebt ihr denn von ein und demselben Pokémon auf, gerade wenn es Seeday ist und ihr kriegt 50 Stück, wie Lennart immer? Wie viel hebt ihr davon auf? 10? 5? 3? Gar keins, weil es Seeday ist? Schreibt es mal rein. Was ist mit eurer Shiny-Sammlung? Wie geht ihr damit um? Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis morgen. Wenn morgen nichts ist an Infos, sonst was, dann kommt morgen Level 47 auf dem Free-to-Play-Account.